Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute das schöne Spiel Valheim, was gestern am 2. Februar in der Early Access released wurde. Ein Spiel über die nordische Mythologie, über Wikinger, Nordmänner, Heiden, wie man sie auch immer nennen mag. Viele wissen ja, ich liebe die nordische Mythologie, das Wikingerleben. Und es ist ein Open World Survival Craft Spiel, ein Online Coup. Man kann allein oder mit 10 Spielern kämpfen, bauen, erobern. Ich würde sagen, wir starten direkt ein neues Spiel, weil ich das Online Spiel noch nicht gefunden habe. So, Charakter auswählen. Ähm, ja, neu. Da ist er. Okay. Grafik, wie man sieht, ist... Ja... Kann man hier ranzoomen? Nee. Ähm... Schade, dass man nicht ranzoomen kann. Die Grafik, ihr seht, es ist kein High-End Grafik-Spiel. Man braucht keine... Weiß ich nicht, 2080, 3090 oder sonst irgendwas. Das ist auch für den kleinen PC etwas, wobei meiner eigentlich eine gute Grafik mithält. Und was nehmen wir denn jetzt eigentlich für eine Haare? Na, nee, das nicht unbedingt. Ähm... Ich möchte gerne meine Lieblingsfrisur haben. Nee, geflochten auch nicht. Die haben sie nicht drinnen. Normalerweise sind die Seiten hier glatt. Man hat oben nur eine Insel und den Zopf nach hinten. Das war die Standardfrisur der Wikinger. Bart... Ja, gut. Wir gucken mal... Nee, den auf keinen Fall. Das war's schon. Gibt ja nicht wirklich viel Auswahl hier. Schade eigentlich. Dann lassen wir den Bart mal weg. Haarfarbe, natürlich schwarz. So, ja. Name, natürlich Standard gemäß. Ike LP. Okay, es gibt kein Bindestritt. Dann bleiben wir ganz normal bei Ike. Und wir starten ins Spiel. Neue Welt. Ähm... Ähm... Valhalla... 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 Fertig. Ähm... Passwort! Ah, stopp! So... Ein Community-Server, das ist jetzt halt mein privater Server. Da kommt ihr nur per Passwort rein. Also braucht nicht versuchen, irgendwie da zu joinen. Ich lasse nur ausgewählte Leute mitspielen, denen ich auch vertraue. Die sich an Regeln halten können. Und gehen Scheiß bauen, mit denen man aber auch viel Spaß und Quatsch machen kann. Ja, und das Spiel lehnt. Und jeder, der mich auch zum Beispiel vom Discord her privat kennt, ähm, weiß, es hat hier in meiner Wohnung eine wunderschöne Ecke. Wo, ja, ein bisschen was Nordisches, ähm, ist. Ich sag mal so, ähm, da stehen zwei Flaschen Meht und zwei Tontrinkkrüge. Ein Trinkhorn aus Horn. Ähm, eine Schreibfeder. Ein... Lederverziertes Buch, ähm, mit dem Baum des Lebens, äh, drauf, der auch Iktrasil genannt wird. Ähm, ich hab ein kleines Holzschiff auf meiner Kommode stehen, ein Wikinger-Holzschiff und, ja. Vor langer Zeit vereinten Allvater Odin die Welt. Nachdem er seine Feinde niedergerungen hatte, schleuderte er sie auf die zehnte Welt, bevor er die Zweige des Weltenbaums spaltete, die ihre Gefängnisse trugen. Dadurch gab es sie einem Exil anheilen. Okay, wer das lesen möchte, bitte mal auf Pause drücken. Ich lese jetzt auch nicht alles durch. Ja, was hab ich noch in meiner Wohnung? Ich hab einen schönen Wandteppich, der über zwei Meter groß ist, mit einem Wikinger-Schiff und Runen drauf. Ähm, meine Badausstattung hat einiges drauf. Mein Fußabdreht auf der Wohnungstür natürlich auch. Hat Torshammer drauf. Und wir gucken jetzt mal. Ah, okay, ich steuere jetzt schon. Wie? Ich würde gern fallen gelassen werden. Ah, schau an. Da kommt der Wald. Ich bringe Nachrichten. Willkommen in der Zehnten Weltkrieger. Oh, und da ist er. Kann ich weiter? Nein, natürlich ist es etwas für die, die nur schnell lesen können. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierung für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier, wenn, wenn dieser Stein hier genauer untersucht wird, gibt er den Beschwörern von Eiktür preis. Den Beschwörungsort von Eiktür. Eiktür? Ich hab mich doch Eik genannt. Äh, deiner ersten Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Okay. Okay, wir haben ein Inventar. Äh. Vogel. Rabe. Hallo. Oh, man kann ran und raus tun. Das ist schon mal nice. Aber wir müssen doch mal gucken, gibt es denn überhaupt ein Inventar? Würde ich gerne auf I legen. Nicht liegen, sondern legen. X ist sitzen, laufen ist C, umschalten. Automatisch rennen ist Q. Ähm. Wächterkraft legen wir aber auf Q und das auf F. Steuerung, blablabla, rennen, umschalt links. Steuern, umschalt links, alternative Platzierung. Wo? Äh. Nächstes Objekt bauen, nächstes Objekt bauen, vorheriges Objekt bauen. Gut. Dann haben wir das doch erst mal soweit. Ich habe eine Fackel. Da ist sie. Da ist sie. Himbeeren. Ähm. Da ist er schon wieder. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Leben und Ausdauer wieder herzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Ähm. Okay. Oh yes. Kann ich noch eins? Was ist das? Harz. Das ist Zerlumtes Hemd. Was? Ein HP per Tick. Dauer 600 Sekunden. Okay. Wir schauen mal. Ach, hier kann ich alles nachlesen. Du bist nass willkommen zu Combenium Blablabla. Wegvisier. Die Gl... Doch, das müssten die Glücksruhen sein. Ähm. Das, was, das. Hier haben wir noch nix. Oh nein, nein. Kein PvP. fürs Erste. Also, wie gesagt. Wer hier mit mir zusammen spielen möchte und dieses Spiel auch besitzt, ähm, in der Videobeschreibung ist ein Link auf meinen Discord. Natürlich wird dann auch über den Discord geredet. Keine Ahnung, ob es hier ein Ingame-Chat gibt. Auf jeden Fall. Ihr könnt mit mir zusammen zocken, wenn ihr Bock habt. Die meisten Objekte müssten hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Objekten zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Moonen sagt mir, dass sich mithilfe von Holz und Stein eine Steinachse herstellen lässt. Holz und Stein. Ja. Dann sag mir doch mal, ich hab nen Stein. Na, was soll's? A-Autsch. Ähm. Okay, ich hab ne Fähigkeit verbessert. Da oben gibt's... Ah. Es gibt ne Map. Hier ist Tors Hammer. Okay, die Map haben wir auch schon gefunden, ne? Ich muss mal wieder was essen. Du kannst nicht mehr Himbeeren essen. Wow. Aber das kann ich essen. Ähm. Steinachs hätte ich gern. Ich brauch fünf Holz und vier Steine. Dann. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Da liegt noch ein Steintchen. Hier liegt einer. Verbessert Rennen. Im Grunde, wenn man das so nimmt, das Spiel ist wie Conan Exides. Wie Ark. Und alle anderen Aufbauspiele mit Gegnern. Und... Habt ihr nicht gesehen. Steinachs. Steinachs. So, Steinachs. Fertigen. Und warum... Und warum... Und warum... Eins von 50, hä? Ich hab doch aber ne Axt. Aha. Da warst du Matsch. Da warst du Matsch. Da warst du Matsch. Oha. 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 So, ich hab jetzt ne Axt. Ich suche jetzt aber gerade... Ich suche jetzt aber gerade... Den Vogel. Wo... Wo ist der Vogel? Wenn es hier Bugs geben sollte... Ähm... Das ist ganz normal. Das Spiel ist jetzt, ähm... Jetzt muss ich gerade überdenken. Am 2. 2. Äh... 2021 rausgekommen. Ähm... In der Early Access... Kostenpunkte sind knapp 17 Euro bei Steam. Und... Ja... Ich vermisse aber ein bisschen die Hintergrundmusik, um ehrlich zu sein. Ähm... So... Ich hoffe... Es gibt immer noch keine Musik. Schade. Äh... Was ist das? Jetzt kommt... Ah, jetzt kommt sie. Sehr schön. Also das... Ja... Mit der Musik lässt es das Leben. Aber die ist ein bisschen zu laut. Kurz ein bisschen mit OBS abstimmen. So. Für viele, die es auch noch interessiert, falls Nebengeräusche kommen. Erstens, meine Kinder sind gerade im Kinderzimmer. Schauen über den Laptop. Ähm... Einen Film. Spielen auf ihren Handys. Ich bin noch erkältet. Und... Das hört man auch. Und... Ja... So... Was können wir denn noch craften? Ein Hammer! Hammer, Hammer, Hammer! Neues Bauobjekt. Oh, ne Werkbank! Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Warum leuchten? Was ist los? Mit diesen Werkzeugen kannst du mächtige Hallen hohe Befestigungen auf dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Ja, klar. Gerne. Aber ich will zurück ans Wasser. Hui! Na komm! Hahaha! Da warst du tot, würde ich sagen. So, das Gelbe hier unten, wie man sieht, ist der Ausdauerbalken. Nice! Die Axt ist so gut wie kaputt. Oder... Was heißt so gut wie? Da geht noch was. So, hier unten müsste das Wasser gewesen sein. Genau. Dann schauen wir mal, ob... Au! Ach, und ich sehe das jetzt erst unten links in der Ecke. Es gibt nur eine gewisse Anzahl an Essen, die ich gleichzeitig essen kann. Und dann wechselt das alles. Interessant! Sehr interessant! Ähm... Ja, wo lassen wir uns denn nieder? Au! Das kann ich nicht ernten, schade. Oh! Das kann ich nicht ernten, schade. Oh! Oh! Da drüben sieht's auf jeden Fall nice aus. Kann ich schwimmen? Ja, wir können schwimmen. Ähm... 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 Was? Hilfe! Lol! Ich hatte keine Ausdauer mehr! Kann man das essen? Nein! Wie komme ich denn jetzt da rüber? Oh! Und was ist... Ah! Uh! 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 Okay, wenn das die Kampfachse ist, dann kommt die auf eins. Der Hammer auf sieben. Mit dem kann man bauen. Ach ne! Okay, ähm... Zur Info. Das ist nicht der Glücksknoten. Oder nicht unten und daneben. Das ist der Glücksknoten. Ähm... Ich brauch noch drei Holz. Ah! Okay! Aller Anfang ist schwer. Und ich hab sogar noch Harz bekommen. Warte! Warte! So, jetzt machen wir uns erstmal ne schnell ne Keule hier. Ja, das ist wortwörtlich ne dicke Keule. Ich will jetzt aber trotzdem da rüber. Und für was sind die Fähigkeiten? Ich hab noch keinen Fähigkeitenbaum entdeckt. Und jetzt... Da müssen wir doch tatsächlich nachher mal gucken. Oder in der nächsten Folge gucken. So, hier drüben würde ich gerne bauen. Und hier gefällt mir das irgendwie. Holz. Irgendwann wieder her damit. Brauch mal. Ja, ich würd sagen wir bleiben hier. Was war ein... Okay. So, dann bauen wir uns nochmal ganz schnell ne Werkbank. Oder erstmal ein Feuer. So. Ich brauche Holz. Das trifft sich ja gut. Ha. Geil. Okay. Ähm. Wie komm ich jetzt... Kann ich da irgendwie drauf zugreifen? Ah. Ah. Sehr nice. Okay. Okay. Wir haben ein Lagerfeuer. Wir haben, äh... Eine Kochstation. Was will man mehr? Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr mit mir zocken wollt, kommt auf mein Discord. Sprecht mich an. Ich weiße nicht. Ich bin ein ganz lieber Kerl, wenn man mich kennenlernt und richtig kennt. Und... Und... Ja. Lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Das ist wichtig. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bleib entspannt. Genieß den Tag. Baj Bare. Bang. Wieojungs? Wieojungs? Bis dann. Auf Wiedersehen. Sorgen. ionaromaikum. badbaur Adele prioritize